Hallo und herzlich willkommen bei Rising World mit Wolleins 5.8, wohl hier werde ich vielleicht gewundert haben, weshalb jetzt am Wochenende kein Film drin gekommen ist, am Freitag nicht und Sonnabend nicht und heute erst der Jahre spät. Ja, das Wetter war herrlich und ich habe ja nicht nur als Hobby alleine den Computer, sondern wir sind ja auch in der Country-Szene unterwegs, in der US-Car-Szene unterwegs und da haben wir eben dieses Wochenende bei herrlichsten Sonnenschein wieder mit unserer Truppe ein schönes Wochenende verlebt und sind einfach mal weg vom Computer. Das braucht man einfach regelmäßig und ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm mehr. Gut, wir bauen hier jetzt meine Brücke weiter, dass wir das Pferdefuhrwerk hier irgendwie runter bekommen in einem kleinen Fischer-Örtchen und da hat man ja schon angefangen, die Seitenstützen zu legen, also das muss ja eine etwas stabilere Brücke sein, wenn da auch Fehlerfuhrwerk hier rüber sollen und dann die Bohlen, aber mit Absicht nicht gleichmäßig gemacht, sondern wirklich so in unterschiedlichen Abständen, unterschiedliche Höhe und damit denke ich mal, sieht das wirklich schon aus wie so eine alte Holzbrücke, allerdings etwas stabiler. So, und jetzt müssen wir natürlich noch die Balken hier runter machen, bevor wir mit dem Gelände anfangen, das heißt, also wir werden uns mal hier jetzt beimachen, dass wir die Dinger gerade ziehen und so, das muss doch schon ganz gut sein hier, aber da nehmen wir natürlich richtig fette Balken und nachher die Querverstrebung, die können wir natürlich wieder dann separat machen. Da werden wir dann ein bisschen dünner gehen für die Querverstrebung. So, wir werden mal gucken, wie wir das jetzt hier erstmal am besten machen, da reicht das ja bis runter, tut das gut. Und ziehen brauchen wir hier eh nicht, weil das hier ja doch nicht klappt, dadurch, dass die Brücke einen anderen Winkel hat. Dann machen wir erstmal, warte mal, nee, wir müssen das hier vorne machen, hier vorne an dieser Kante, ja. So, genau. So, genau. Ja, und dann können wir da dann nämlich noch ein Mauerwerk runterziehen. Ihr würdet nicht so doll auffallen. So, jetzt müssen die nächsten Stützbalken, die müssen eigentlich jetzt hier ran. Ich glaube, da kann ich jetzt nicht mehr diese Breiten nehmen. Mal gucken, wie das aussieht hier. Da müssten wir denn eigentlich, naja, das sieht bescheuert, das kann man nicht machen. Da müssen wir schon dieselbe Breite nehmen hier, wie diese sind. Und, ach, da haben wir ja noch Steine da, nehmen wir mal die auch gleich noch dazu. So, aber erstmal hier, nee, wenn wir schon, dann können wir die hier nämlich auch gleich, müssten wir, aber, das sieht auch nicht aus. Das sind ja eigentlich Pflastersteine, die können wir so nicht lassen. Pflastersteine von oben ist ja okay, aber hier das Kopfsteinpflaster, die können wir nicht runterwärts machen. Wir müssten erstmal mit einem Brett verkleiden. Genau, das ist die Idee, wir werden das verkleiden. Da wählen wir, ja, da müssen wir uns erstmal eine Textur nehmen. Mal gucken, was können wir da für eine nehmen. Und zwar haben wir hier eine Blockbank irgendwo rumzustellen. Ich denke, da muss man eine Blockbank. Da hinten, glaube ich, müsste einer sein. Okay, so, dann müssten wir also hier auf jeden Fall um ein Mauerwerk nehmen. Entweder Steinziegel, das wäre günstigste, denke ich mal, diese. Oder hier die etwas älteren. Ist mir zu hell, ist zu ordentlich. Die können wir hier auch noch nehmen. Oder die. Wir gucken mal, wie das mit die aussieht. So, das ist die 118. Und das heißt also, Woodplank 118. Okay, dann gucken wir mal, wo die gelandet sind hier. Müssten die denn eigentlich sein, ja. Ja, genau. So, und jetzt kommt es drauf an, wie rum jetzt hier die Textur liegt, ja. Wenn wir das jetzt hier anbringen wollen. Erstmal aufrichten, das Teil. Rumdrehen. Ja, wir müssen die hochkant. Und das ist natürlich dann mal breiter machen. Und dann bis ran. Mal kleben, bisschen weniger, ja. So, und tiefer schieben. Das kann ja ruhig ein bisschen höher. So, genau. Dann müssen wir es aber doch größer machen. Na ja, so tiefer. Und dann hat das einen anderen Winkel. Aber das macht jetzt nichts. Das macht jetzt nichts. Genau, so passt das doch dann. So sollte es doch passen. Wenn wir das hier ran machen. Wenn wir das hier ran machen. Und jetzt das tiefer. Dann sieht das nämlich aus. Und oben machen wir ein schmale Brett. Ein schmale Brett, das das oben wirkt wie eine Steinkante. Das auch. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier das auch noch machen. Ja, das können wir hier auch noch mal machen. Oh, der hier da draußen. Ach der, ach Mensch. Da haben wir wieder mal Mist gebaut. Der war ja ja nicht richtig dran, ne? Ja. Ja, das haben wir natürlich übersehen. Und jetzt ist es wohl richtig. Genau. Jetzt ist es richtig. Also wenn man nicht auf alles achtet hier. Denn, so jetzt mal gleich nochmal kontrollieren. Kleinen Stück auch drüber lassen hier. Müssen wir eh, weil das ja eine Schräge ist. Ja. So. Machen wir die mal ran hier. Das ist so. Könnte passen. Genau. Und jetzt nehmen wir uns mal gleich die zweite. Und die dritte auch noch ran. Gut. Na ja, könnte man auch eigentlich so lassen. Hm. Na, das überlegt mir noch. Hab ich so ein schmales Mauerwerk da nur lassen. Na, die würde nicht aussehen, wenn wir das durchziehen. Dann kommt das zwar höher. Aber dann könnte man das vielleicht auch als komplette Mauer setzen. Ach, was will ich denn hier oben? Die könnte man das vielleicht als komplette Mauer setzen. So. So lange, wie das richtig schön dran ist. Und hier. Und hier. Und ein bisschen dann bis runtergezogen. Aber da läuft er ja schon wieder auseinander. Na ja. Ach. Ja. Man kriegt diese Winkel doch nicht. Oder täuscht dich jetzt? Nee. Nee, nee, der läuft hier auseinander. Das müsste nochmal nachkorrigiert werden. So. Und dann müsste es doch ein bisschen dicker gemacht werden, ja. Was richtig, sieht das auch nicht aus? Nee. Das machen wir wirklich nur bis hier hin. Da lassen wir die Graskante stehen. Genau. Ein bisschen mehr weiter brauchen wir das nicht zu machen. Gut. Dann haben wir die Seite erstmal soweit. Und jetzt hier die anderen Balken noch ran. Dafür. Und dann gucken wir mal von unten. Nee, nicht diese. Dann haben wir die jetzt. Ja, ja. So. Da wollten wir jetzt erstmal das schmaler machen. Okay. Das müssen wir uns dann natürlich lösen davon. Was haben wir denn hier? Okay. Jetzt wieder den richtigen Winkel zu finden. Schlecht zu erkennen. Man müsste Winkel per Gradzahl einstellen können. Das wäre natürlich ideal. Dann könnte man den eben abmessen. Und den nächsten dann heransetzen. Aber so geht das auch. So. Wir haben den ersten, dann wären wir eins, zwei. Dann sagen wir mal den dritten so ungefähr. Ja, das gucken wir mal. Ja, das gucken wir mal. So, dann eins, zwei, dann wird hier, dieser. Okay. Ja, und so macht sich das gut. So kommt das ganz gut. Aber... Ja, so machen wir mal eine kurze Probe. Wie wird aussehen würde, wenn wir ein Geländer darauf machen. Das wäre dann... Das wäre dann... Das haben wir ja irgendwo... Ach, meine Ordnung. Geländer 2. Das war mit dem, glaube ich, der Lippe. Und das wollte ich. So, gucken wir mal. Und das dann schön hier aufgesetzt. Ach, das ist das schräggebot. Aber ich könnte mich ärgern. Aber das sieht doof aus, wenn alles in der Landschaft so rechtwinklig dasteht hier. Und so ist da doch ein bisschen mehr Abwechslung drin hier. So, runter mit dir. Das war dann ein bisschen zu tief hier. So, man schiebt mal weiter vor. Und dann noch ein Stück zurück hier. Ja, vom Winkel her passt das gleichmäßig aus. Oh, wir können natürlich... Ich habe fast die Befürchtung, dass ich hier am Laufendenband so ein bisschen so um 1 mm nachkorrigieren muss. Warte mal, wenn ich jetzt das so mache... Das sieht mir nämlich fast so aus. Es geht hier nur um so einen Millimeter her. Nein, das wird zu viel sein. Das reicht auch wieder nicht. Das ist zu viel, das ist zu viel. Oder täuscht das jetzt? Hm. Ach, Mann. Rotation aber auf 1. Ja, ich hoffe, gucken wir mal. So, und ich möchte ja dazu denn in gewissen Abständen, wir werden da auf jeden Fall eine Kutsche raufstellen. Und oberhalb der Kutsche soll ich in gewissen Abständen immer so ein Laternenpfahl hängen. Und dann, denke ich mal, kriegen wir da eine richtige super Brücke hin. Das könnte klappen. So, hier kommt dann natürlich an den Seiten noch... Habe ich jetzt... Genau, irgendwo einen schwarzen Balken rumzulegen. Na, hier sind noch zwei. Gut. Und dann kommt da, nehme ich noch... Dreimal kleiner. Und angekippt, an der Seite. Gucken, wie weit wir da gehen können, ja. So, in dem Winkel. Das müssen wir da aber... ein bisschen länger machen. Und dann geht das selbe Theater nämlich wieder los. Durch den Winkel. Immer mit vor und zurück, solange bist du richtig an Position. Ein bisschen langsamer fliegen, ja. So, genau. Und der kommt natürlich dann wieder auf der anderen Seite hoch. Aber man müsste, wenn man jetzt durchgeht, wirklich erst eine Seite machen. Und dann den Winkel nochmal hinkriegen, dass der genauso ist für die andere Seite. So, da heißt, ich würde wieder neu ansetzen, ja. So, jetzt sind wir weit vorne. Und jetzt den nach links schieben. Und dann wandert der nämlich weiter hin. Und dann könnte das passen. Ja, also so, auf diese Art, habe ich mir das gedacht. Und das natürlich dann auch für die andere Seite. Können wir ruhig mal gucken, ob wir den sauber hingedrückt kriegen. Was ich natürlich wieder nicht denke. Fehlt mir eh wieder was jetzt. Und dann haben wir so rum. 64, 65, 65, nicht 85, sondern 65. So. Ja, und jetzt muss man, jetzt dreht der natürlich nur mit der 1 hier. Und da dann wieder hinzubekommen. Ja, das fehlen hier noch so verschiedene Arten von Raster und Maße. So, das müsste jetzt sein. Also, vorne angesetzt. Mal gucken, ob das hier genauso klappt. Nach hinten hier schrubt. Zack, und dann müsste er eigentlich dort verschwinden. Und dann bis so passend, dass da hinten dann nicht rauskommt. Bisschen höher. Bisschen höher. Ja. So, genau. Genau. Also, wird dann natürlich der ganze Unterbau. Dann müssten wir höchstwahrscheinlich hier drinnen, nach Querbalken, immer in gewissen Abständen hier rüber machen. Da werden wir jetzt noch diese Abstände dann hier nehmen. Das ist wahrscheinlich. Und dann, denke ich mal, ist das schon eine schöne, stabile Fuhrwerksbrücke, die nicht so schnell einkrachen wird hier. Da wird zauern natürlich von beide Seiten dann. Und dann müsste dort solche Fuhrwerke ganz mittig rüber kommen. Ja, und dann werden wir das nächste Problem uns langsam überlegen müssen, wie wir die jetzt hier hochkommen. Aber wir müssen höchstwahrscheinlich hier ein bisschen was abtragen und in der Schnee sein schauen, sonst wird das zu steil. Und gucken. Ich würde das am besten machen. Wollt, ich nehme auch natürlich gerne Vorschläge von euch mit an. und hoffe dann, dass ich da eine vernünftige Umsatzlösung finde. Aber so könnte das schon was werden. Genau. Gut. Und bis dahin sage ich erstmal wieder Tschüss. Euer Wolleins von Bach. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.